momentum 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 extrem liquide märkte extrem volatile märkte was ist jetzt wichtig hallo leute und herzlich willkommen zu dem video schaut euch die märkte aktuell an sie sind extrem wild werden gestern viele news hat die märkte gut durcheinander gebracht hat für sehr viel bewegung an den märkten gesorgt jetzt haben wir freitag späten nachmittag kommt nichts wichtiges mehr wir hatten heute auch nur relativ wenig news einmal um 16 uhr der rest hat sich dann eher entspannt verhalten und jetzt haben wir bis feierabend quasi nichts wichtiges mehr außer noch ein bisschen öl news fast nicht wirklich einfluss auf den s&p 500 hat aber nichtsdestotrotz sehen wir wir haben sehr starke bewegungen und das ganze kann man natürlich gut für sich nutzen was immer die gefahr bei starken bewegungen ist aber hoher volatilität ist dass bewegungen sehr schlagartig kommen jetzt werden wir gleich das tief hier wunderbar brechen da haben wir es gebrochen sehr 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 schön das heißt ihr seht bumm markt ist dynamisch das muss man predikten lernen das heißt wenn wir jetzt gerade ich habe ich gerade gesagt wir werden gleich das tief brechen das heißt da muss man schnell sein da muss man hier schnell reingehen damit man von dem mut predikten kann und nicht erst hier unten ausgeführt wird und jetzt ballern wir weiter runter das heißt man hat teilweise nur wenige sekunden zeit um auf eine bewegung zu reagieren dass man zum beispiel diesen continuation breakout trade machen kann genauso wie jetzt hier jetzt was was sehen wir denn jetzt hier wir sehen es kommen massig käufer rein der markt kommt dynamisch zurück wir testen den volumen bereich an hier ist es jetzt entscheidend im pockfeuer viel volumen und schaut was hier passiert der markt verliert keine dynamik minimale backticks noch kann man wieder nichts machen er ist einfach stark zurückgekommen nachdem wir das hier gebrochen haben und das ist die große gefahr aktuell dadurch dass der markt so extrem volatil ist backticks das heißt den breakout hier zu antizipieren dass wir vor dem bruch reingehen können ist super gut wenn wir uns das ganze jetzt meiner theorie anschauen sagen wir kommen wirklich gut rein wir kommen hier rein dann haben wir eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf tics das heißt um mit sechs bis sieben tics da raus zu kommen muss man unglaublich schnell sein das heißt realistischer sind eher drei bis vier tics was man gewinn aus so einen trade macht warum erst mal ist man vielleicht ein bisschen langsamer dann kommt man wenn man pech hat hier rein dann geht der markt einmal spiked nach unten und kommt wieder hoch und man hat glück dass man hier einfach mit ein zwei drei tics rauskommt das heißt wenn wir auch wenn wir starke phasen haben wir wissen ja nicht wenn wir diesen breakout erkennen wir erkennen ihn vorher das kann man im footprint wunderbar kennen wissen wir nicht wie weit läuft der markt runter wie weit ist die korrektur und wie läuft er danach weiter das sind sachen die erkennen wir nicht das wissen wir nicht da würden wir quasi jetzt wenn wir das jetzt hier sehen wie der markt sich gerade verhält werden wir sehr wahrscheinlich das tief brechen und ihr seht der markt hat das tief gebrochen dafür muss man dafür muss man kein hellseher sein man muss nur den footprint lesen können aber das problem ist wie gesagt wir haben jetzt gerade gesagt wir wollen hier wir erkennen hier den breakout der markt wird das tief brechen super schön hat das tief gebrochen dann haben wir es aber korrigiert sind in den potenziellen korrektur bereich auch reingelaufen der markt wurde stark absorbiert hat keine hat keine weiteren käufer gefunden wir haben ein bisschen auch trap bias gab und dann kommt sofort das gegenmomentum und was passiert danach wir brechen das tiefen kommen sofort erstmal wieder zurück retesten das ganze jetzt wieder und jetzt entscheidet sich geht es weiter runter oder korrigieren wir wieder ein starkes stück und ihr seht wir haben stück korrigiert und korrigieren sofort wie also stück das tief gebildet und dann korrigieren wir sofort wieder und schon wieder zehn tics plus innerhalb von ganz 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 kurzer zeit und das ist halt die schwierigkeit die wir bei solchen märkten haben breakouts zu erkennen oder dass den markt anläuft ist kein problem aber wenn wir der meinung sind es läuft ja gerade super schnell wir haben unsaubere seitwärtsphasen wir haben nicht immer so wie hier einen schönen pullback dass wir wieder reingehen können sondern wir wollen die ganze zeit was traden wir sind der meinung da man ist ja skalper man muss ja in jeder kerzen trade machen weil dafür ist man ja skalper dann seid ihr auf den holzweg man ist skalper dafür dass man in kleinen timeframes viele viele potenzielle möglichkeiten hat und sich dann die raussucht die auch wirklich lukrativ sind sprich vernünftiges cv vernünftiger stopp vernünftiges target und auch vernünftige wahrscheinlichkeit dass der trade anläuft wenn wir ungeduldig sind und wir warten nicht auf einen vernünftigen pullback zum beispiel was mit abstand die besten trades und wir sagen super wir sehen ja dass der markt hier bricht dann gehen wir hier rein wollen den short mitnehmen und sagen ja super wir gehen hier rein wir kennen das lassen unseren stopp hier und dann schauen wir was passiert und dann lassen uns vielleicht hier sogar noch ausstoppen und wann diese ganze strecke hier im bus weil wir gierig sind eine riesenstrecke wollen oder weil wir hier nicht rausgehen werden wir dann hier oben im rücklauf ausgestoppt weil unser stopp vielleicht genau hier lag das ist die größte schwäche und die größte gefahr die man als trader haben kann nur weil man scalpt heißt das nicht man ballert 10.000 trades am tag raus und ist jede minute im markt auch scalpen heißt geduldig warten 99,99 prozent der zeit tradet man nicht man wartet auf den richtigen einstieg der vorteil beim scalpen ist einfach nur beim footprint oder auch beim orderbuch oder auch beim dom trading dass wir in der lage sind so wie ich euch das gerade gezeigt habe ich gesagt hier werden wir gleich den breakout sehen bub kam momentum genauso wie ich gesagt habe hier jetzt wird es zurück kam wir werden gleich momentum sehen bub kam das momentum das kann man erkennen mit ein bisschen übung das heißt aber noch lange lange nicht dass man das auch traden sollte weil es vielleicht kein smarter trade ist weil wir zu nah den nächsten widerstand haben weil das target zu klein ist oder weil wir einfach schon dass den bereich in dem wir getraden wollen abgelehnt haben oder weil einfach viel zu viel dynamik kommt was denkt er wenn wir hier sehen wir klicken dann können wir hier unten reinkommen markt zweig noch einmal hoch runter bringt nichts bis mal wieder mit zwei drei trades raus oder tics raus und wir wollen ja keine trades machen wo wir ganz oft mit zwei drei tics im plus rauskommen das ist ja sehr technisch gesehen immer negativ das heißt wenn wir die ganze zeit nur solche trades machen und dann lassen wir uns auch noch voll ausstoppen dann haben wir keine gute performance ziel eines scalpers ist es viele trades zu haben viele möglichkeiten zu sehen dadurch sein auge zu schulen immer besser zu werden im marktverständnis und dann auf den richtigen augenblick zu warten wenn das nur ein trade pro stunde oder ein trade pro zwei stunden ist ist das immer noch extrem extrem gut wenn man dafür dann einen guten trade macht genauso aber auch wenn man einen schlechten trade macht muss man den trade ganz zeitnah schließen auch wenn der trade danach anläuft ich habe gestern den trade gemacht ich bin mit minus 1 tic raus und nachher ist der trade 30 40 tics angelaufen aber nicht sauber das war auch der markt macht nachwärtsbewegen korrigiert einen kleinen stütz setzt wieder auf ich bin hier rein bin dann direkt rausgegangen markt dümpel rum macht das starke bewegen kommt zurück und macht dann erst die starke bewegen das heißt das hätte ich sowieso nicht mitgenommen da wäre ich irgendwo dann hier wahrscheinlich wieder raus und hätte die riesenbewegen auch nicht mitgehört ich bin aber direkt hier unten raus weil es ein kleines gegensignal gab das ist normal beim traden wichtig ist dass man wenn trade nicht anläuft den schnell schließt dass man nicht overtradet und jeder kerze wie ein verrückter tradet und gebühren ohne ende verursacht und wenn man sculpt heißt das trotzdem 99,999% warten wir weil wir sind ja nur ganz kurz im markt drin und wir wollen auf eine vernünftige gelegenheit warten wenn der markt seitwärts und wenn wir widerstände in der nähe macht es nicht gerade auch ihr habt es gesehen ich habe euch hier und hier das momentum angesagt und der markt hat momentum gemacht aber deswegen können wir nicht reingehen nur weil wir wissen was der markt als nächstes macht müssen wir immer chance risikoverhältnis abschätzen können und wenn wir dem markt nur hinterher laufen ist es nie gut wenn wir dann noch irgendwelche hoch tiefs ablehnungen oder sonst was in der nähe haben ist das risiko noch viel höher und das sind dann trades die sollte man nicht machen und da muss man dann so diszipliniert sein dass man das auch nicht macht und dass man sagt ja läuft der gerade scheiße egal ich nutze die zeit zurück ich schaue mal den markt und sehe ja okay wir exhausten hier rum es kommen verkäufer rein es ist ja viel volumen der markt wird jetzt ein paar tics nach unten sich bewegen das hier ist mein minimal ziehen dann schauen wir mal läuft hier wirklich bis dahin man hat die bewegung verstanden und dann wie interpretiert interpretiert man das jetzt kleiner rücksetzer frontpushing der verkäufer kommen der markt ballert weiter runter und so weiter und so fort markt wird gehalten wie reagiert der markt auf das sind sachen die muss man erkennen und üben das kann man die ganze zeit wenn man den markt beobachtet und traden und lernen hört nie auf ihr werdet beim traden immer lernen und traden lernen hört nie auf ihr werdet das dauerhaft machen euer traden lernen wird nie zu ende sein egal wie lange ihr tradet der lernprozess geht immer weiter und weiter und weiter das ist ganz ganz wichtig und wenn ihr die märkte immer besser versteht werdet ihr auch immer weniger traden werdet ihr denken ah ja der markt macht jetzt die und die bewegen ihr wisst es freut euch dass der markt die bewegung macht dass ihr es verstanden habt was der markt macht aber andererseits freut euch auch dass ihr keinen dummen trade gemacht habt weil ihr genau wisst achtung der markt wird jetzt so bis da und da laufen können wenn er weiter läuft ist es halt so das kann man nicht predikten aber die minimalsteins bewegungen oder was als nächstes passiert das kann man mit dem footprint order book oder bookmap sehr gut erkennen das war mal ein video dazu wie man die die märkte traden sollte worauf man achten muss weil das immer wieder nachgefragt wurde ich hoffe dass wir euch gefallen bis zum nächsten mal